Musik Bis in die letzte Ecke, in den letzten Winkel dringen die einzelnen präzise gespielten Töne der Musiker im Theater im Keller im Zeltweg. Keine Geringeren als die Jazz-Legenden Heinz von Hermann und Dusko Gojkovic geben sich die Ehre beim Blue Monday. An diesem Abend möchten sie dem Publikum auch eine Geschichte erzählen von der Welt des Jazzes, unter anderem mit sehr bekannten Liedern wie Close My Eyes. Geschichte ist ein sehr großes Wort. Wir spielen Musik aus der alten Biwap-Zeit mit der Musik, mit der wir groß geworden sind und angefangen haben. Also bei uns müssen wir was anders machen, als was wir unser Leben lang gemacht haben. Wir spielen nicht nur bekannte Standards, wir spielen auch eigene Stücke. Wir komponieren uns selbst und das ist auch aktuelle Musik. Und man soll nicht nur auf Generationen denken, wie du alt bist oder wann du geboren bist, sondern was du spielst und wie du spielst vor allem. Das ist wichtig. Mit dem einfachen, aber sehr präzisen Spiel zwischen den einzelnen Instrumenten zeigen die beiden gemeinsam mit ihrer Band, unter dieser sich auch ein Zeltweger befindet, nämlich an den Drums, welche Harmonie die Weltklasse Musiker in sich haben. Und das Publikum zeigt sich ebenso begeistert vom Können und der Jugendlichkeit in den Klängen. Haben sogar manche alle Termine verschoben, um hier ein Teil zu sein und besonderen Applaus zu spenden. Vielen Dank. Danke schön. Vielen Dank.